Ein Schauspieler oder eine Schauspielerin ist ein Künstler, der eine bestimmte Figur in einer Geschichte oder einem Rollenspiel darstellt. Der Schauspieler kann dies in einem Film, im Fernsehen, im Theater oder als Ausbildungs-Schauspieler tun. Ein Schauspieler muss nicht ins Bild kommen, um als Schauspieler betrachtet zu werden. Auch das Erfassen von Texten oder Werbebotschaften gehört dazu. Der Beruf des Schauspielers hat generell eine große Anziehungskraft auf Menschen, denn die meisten Menschen denken schnell an eine Welt voller Glanz und Glamour, in der der Schauspieler oder die Schauspielerin viel Aufmerksamkeit bekommt. Leider sieht die Realität oft anders aus, denn relativ gesehen brechen nur wenige Schauspieler oder Schauspielerinnen durch, um bekannte Schauspieler oder Schauspielerinnen zu werden. Als Schauspieler ist es in erster Linie sehr wichtig, dass du gut spielen kannst. Darüber hinaus spielt in diesem Beruf der Gunstfaktor und ein bisschen Glück in der Regel eine wichtige Rolle, um als bekannter Schauspieler oder Schauspielerin durchzubrechen. Wenn sie eine Karriere als Schauspieler oder Schauspielerin anstreben, ist es am besten, sich für eine Schauspielschule zu entscheiden. An Schauspielschulen lernen die kommenden Schauspieler alles über Drama, Rezitation, Schauspiel und Theaterspiel. Die meisten Schauspiel- oder Theaterschulen führen eine umfangreiche Vorführung unter neuen Studenten durch, um Enttäuschungen zu vermeiden. Darüber hinaus ist es für die Studierenden wichtig zu erkennen, dass das Leben als Schauspieler nicht immer einfach ist, denn es wird geschätzt, dass etwa zwei Prozent aller graduierten Schauspieler aus dem Beruf heraus über die Runden kommen. Es ist daher nicht so, dass eine entsprechende Ausbildung als Schauspieler oder Schauspielerin eine erfolgreiche Karriere als Schauspieler garantiert. In der Vergangenheit waren viele Schauspieler mit sogenannten Theatergruppen verbunden. Diese Theatergruppen waren mit Proben und Aufführungen beschäftigt. Heutzutage arbeiten die meisten Schauspieler selbstständig und kümmern sich selbst um ihre Aufgaben. Um eine Rolle als Schauspieler zu bekommen, ist es in der Regel notwendig, an einem Screentest teilzunehmen. Wenn der Screentest fertig ist, werden die am besten geeigneten Kandidaten ausgewählt.